Also seid gegrüßt. Hallo alle zusammen. Das ist mein letztes Video für dieses Jahr. Das Jahr 2021 ist bald vorbei. Und ich hoffe, ihr hattet bis jetzt gute Weihnachten gehabt. Ich weiß, viele meiner Zuschauer kommen aus Russland und die werden erst Weihnachten haben. Manche von euch wohnen eventuell hier in Europa und hatten schon Weihnachten gehabt. Ich hoffe, ihr wurdet gut beschenkt. Und ich hoffe, ihr habt gut gefeiert. Ich hoffe, ihr bleibt gesund. Ich wünsche euren Familien und euch wirklich Gesundheit, Liebe und Erfolg. Aber wie geht es jetzt weiter? Wie wird das Jahr 2022 für mich sein? Ich habe für das Jahr sehr viel geplant. Ich arbeite an einem neuen Album. Ich werde noch ein paar Gäste einladen zu ein paar meiner Videos. Und ich möchte etwas Neues ausprobieren. Und zwar, ich möchte gerne Live-Musik ausprobieren. Und zwar hier. Hier möchte ich gerne Live-Musik ausprobieren. Ich weiß nur nicht genau, wie ich das machen werde. Ich versuche alles zu organisieren, dass es qualitativ super wird. Es wird wahrscheinlich mein allererstes Mal. Und meistens ist es immer so, dass beim allerersten Mal nie alles gut funktioniert. Aber ich werde trotzdem mein Bestes geben. Ich wünsche euch wirklich alles, alles Gute. Verbringt das Neue ja sehr gut. Und trinkt viel. Wir sehen uns. Ich liebe euch. Ciao.